Musik Herzlich Willkommen am täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Freitag, den 17. Februar um 11.40 Uhr. Der DAX präsentiert sich heute Morgen relativ freundlich, deutlich besser als gestern. Wobei wir gestern ja auch eine schöne Intraday-Reversal-Erholung gesehen haben. Nachdem wir zunächst einmal eine sehr schwache Tendenz vorgefunden haben, hat doch der amerikanische Markt dem deutschen Markt kräftigen Rückenwind gegeben. Es waren vor allem Konjunkturdaten, die sich sehr positiv auf die Stimmung der Händler diesseits und jenseits des Atlantiks ausgewirkt haben. Das betrifft die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Das betrifft die Verkäufe neuer Häuser und auch die Wirtschaftsaktivität im Osten der USA. Von allen Seiten sehr positive Indikatoren, dass sich die konjunkturelle Erholung nun weiter fortsetzen wird. Und das strahlt natürlich auf die Märkte ab. Positiv wie negativ wirkt dann mal wieder Griechenland, ganz klar. Das wird immer hergehalten, wenn die Börse steigt oder wenn die Börse fällt. Heute Morgen war es in den Medien, in den Agenturen die Hoffnung auf eine Rettung, auf ein straffes Sparpaket, die für eine Erklärung herhalten musste, warum der Markt so freundlich ist. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich die Liquidität, die nach wie vor treibt. Die Erwartung eines neuen großen Tenders im Rahmen der LTRO-Operation der Europäischen Zentralbank. Und diese Liquidität ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir eine so freundliche Tendenz sehen. Aber es gibt auch einige negative Nachrichten. Vom Wall Street Journal gibt es einen sehr spannenden Bericht, sehr spannend zu lesenden Bericht über die LIBOR-Sätze. Und zwar geht es darum, in London wird ja der London Interbank Offered Rate festgelegt, das heißt der Zinssatz, der Referenzzinssatz ist für über 150 Millionen Anlageprodukte. Das reicht vom Autokredit bis zur Unternehmensfinanzierung. Und hier wurde in der Vergangenheit stark geschummelt. Diese Verdächtigung, die gab es schon öfter. Wir haben auch im Frankfurter Börsenbrief vor gut zwei Jahren schon mal darüber berichtet, dass es hier Mutmaßungen gibt und dass wir Informationen hatten, dass hier gar nicht die tatsächlichen Zinssätze vermeldet wurden an die Agentur, für die die Banken sich gegenseitig das Geld leihen, sondern dass hier Fantasiesätze genannt wurden. Und das hat sich jetzt bestätigt. Angeblich ist UBS gegenüber der kanadischen Aufsicht diesbezüglich sehr gesprächig gewesen in den letzten Tagen und hat das bestätigt. Es geht natürlich insgesamt darum, dass man versucht hat, durch niedrigere Zinssätze mögliche Schieflagen zu verschleiern. Also das ist eine hohe kriminelle Energie, die da an den Tag gelegt wurde. Und das macht natürlich solche Referenzmarken wie den LIBOR oder den gleichen gibt es ja auch in Tokio und in anderen Börsenhandelsplätzen überhaupt noch als sinnvolles Maß zu nehmen ist. Schauen wir auf erfreulichere Dinge, beispielsweise auf General Motors. Die haben gestern über 9% zugelegt. Sie haben den höchsten Gewinn in ihrer 103-jährigen Unternehmensgeschichte vorgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Vor einigen Jahren war General Motors pleite, die alten Aktionäre enteignet. Und jetzt startet man typisch amerikanisch wieder durch, wie man das auch schon bei Fluggesellschaften erlebt hat, die auch aus der Pleite in einen neuen Steigflug übergegangen sind und das gleich bei General Motors. Wir haben natürlich gesehen, dass die Autokonjunktur in den USA hervorragend läuft. Ab und zu das ein oder andere Quartal auch an General Motors vorbei. Aber insgesamt ist die Entschuldung doch sehr erfolgreich verlaufen. und nun gibt es eine höhere Arbeitsplatzsicherheit und General Motors ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Für uns allerdings keine Empfehlung. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass man mit Überkapazitäten zu kämpfen hat, dass man die Modellpalette nicht rechtzeitig auf die Bedürfnisse der internationalen Kundschaft hat umbilden können. Und dann gibt es ja noch die Probleme mit der Tochter Opel. Also diese Strategie, die erscheint uns nicht ganz konsistent. Deswegen für unsere Begriffe General Motors zu spekulativ auf die mittlere bis langfristige Sicht, wenn die konjunkturelle Nachfrage jetzt wieder nachlassen sollte. Im Moment ist es sehr gut. Es werden sogar gar keine Incentives mehr gegeben wie Null-Prozent-Finanzierung oder ähnliches, was wir noch in den letzten Jahren immer gesehen haben. Aber wenn diese Nachfrage nachlässt, dann geht es General Motors auch ruckzuck wieder schlechter. Und dann stehen sie im Wettbewerb schlechter da als die asiatischen oder auch die deutschen Konkurrenten. Und deswegen General Motors aus unserer Perspektive, die ja auf die mittlere bis langer Sicht angelegt ist, kein Anlage-Asset, was sich unbedingt aufdrängt. Ein Anlage-Asset, was sich tatsächlich sehr stark aufdrängt, was wir auch des Öfteren schon im Frankfurter Börsenbrief in der Empfehlungsliste hatten und was wir auch aktuell führen, ist Baidu. Sie wissen ja, das ist der größte Suchmaschinenanbieter in China. Dort hat Google ja beispielsweise gar keine Rolle. Es ist im Grunde, dass Google Chinas mit 80% Marktanteil ein sehr beeindruckendes Wachstum, eine sehr beeindruckende Marge. Das wurde jetzt mit den neuesten Zahlen wieder unter Beweis gestellt. Pro Aktie ergibt sich ein Gewinn von 95 Cent. 90 Cent hatten die Auguren erwartet. Das bedeutet eine Nettogewinnsteigerung um 77% auf 2,05 Milliarden Yuan. Und diese 2,05 Milliarden Yuan, behalten Sie bitte mal im Hintergrund, wenn Sie die Marge ausrechnen, 2,05 Milliarden Yuan bei einem Umsatz von 4,47 Milliarden Yuan. Umsatz plus 83%, sagenhafte Marge. Aktie ist natürlich nicht ganz billig, aber man muss sagen, einen wieder sensationellen Quartalsausweis. Und deswegen bleibt Baidu bei uns auf der Empfehlungsliste. Wer es noch ein bisschen heißer haben möchte, kann auch auf andere Internetunternehmen in China schauen. Auch andere, die wir schon auf der Empfehlungsliste hatten im Moment allerdings nicht, haben sich sogar besser entwickelt als Baidu. Baidu in diesem Jahr ungefähr 22% im Plus, 32% im Plus bisher die Sina oder 28% die Tencent. Das sind Werte, die sich einer intensiven Prüfung tatsächlich aufdringen. Wir überlegen im Moment, ob wir hier noch zusätzlich aufspringen. Wir müssen das Zahlenwerk nochmal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, ehe wir hier eine Empfehlung aussprechen können. Aber bei Baidu kann man sicherlich jetzt wieder davon ausgehen, dass eine neue Aufwärtsbewegung, ein neuer Aufwärtstrend starten wird. Das waren die Hinweise für diese Woche. Am Montag erscheint leider kein Videostrategieticker. Da ist Rosenmontag und da wäre es nicht sinnvoll, in unserem Zustand dann tatsächlich einen Ticker zu besprechen. Wir sind aber am Dienstag natürlich wieder für Sie da. Walter Thissen wird Sie dann kompetent durch die Woche führen. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches, vielleicht aber auch erholsames Wochenende, je nachdem, was Sie vorhaben. Alles Gute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Woche. Bis bald, Ihr Bernhard Kinzing. Bis bald, Ihr Bernhard Kinzen. Bis bald, ihr Bernhard Kinzen. Vielen Dank.